Hallo Allermann und Willkommen zur Lebensmüde Talkshow. Und heute bei der Lebensmüde Talkshow haben wir einen ganz ausgezeichneten Gast. Den lieben Herrn Schlangnovo. Bitte kommen Sie herein. Wer hat die Funken eingebaut? Egal. Bitte setzten Sie sich. Okay, gut. So. Ja. Sie wollen YouTuber werden. Ganz genau. So, okay. Dann kommen wir gleich mal zu meiner ersten Frage. Was für einen Content werden Sie machen und warum wollen Sie YouTuber werden? Also, natürlich ist das alles wegen dem Geld. Und den Content, den ich machen will. Es wird hauptsächlich auf meinen Channel Gaming Videos geben. Es wird vielleicht ab und zu ein paar Reaction Videos geben. Aber ja, selten, da ich nicht so gerne Reaction Videos mache. Okay, danke für die ganz tollen Antworten. Okay. Dann würde ich mal gleich zur nächsten Frage kommen. In welchen Games werden Sie spielen? Verschieden. Wie zum Beispiel wird es hier Game Mod, G-Mod geben, ein bisschen Minecraft, Terraria, das sind ja so, die Multiplayer-Let's Plays mit dem lieben Krassi hier. Willkommen, meine Freunde. Dann wird es noch ein paar Singleplayer-Let's Plays geben. Wie zum Beispiel von Postal, TF2 und so ein Zeug. Also, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das ist eine ganz tolle Antwort. Okay, dann würde ich gleich mal zur nächsten Frage kommen. Wie oft in der Woche werden Sie Videos hochladen? Also, in der Woche wird es meistens keine Videos geben, da ich da keinen Bock habe und keine Zeit habe. Aber am Wochenende könnt ihr schon eher Videos erwarten von mir. Okay, haben Sie sonst doch irgendwas über Ihren Kanal zu erzählen? Ja, also es tut mir leid, wenn der Content von mir nicht so super qualitäthaft ist. Weil ich neu zu diesem ganzen YouTube-Zeug bin. Ich werde wirklich mein Bestes versuchen, guten Content rauszuhauen für euch. Auf den ihr euch hoffentlich mögen wird. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, danke für die tollen Antworten. Und ich muss jetzt auch noch eine Sache fragen. Was sind Ihre letzten Worte? Boah. Äh, ja, meine letzten Worte sind... Warte, noch ganz kurz. Sagen Sie es, nachdem ich mir das Asperring geballert habe. Ah, okay, gut. Ja, ja. Meine letzten Worte sind... Boom. 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 Okay, malandro. Vielen Dank.